Wir sind also gerade dabei, das Versteck zu finden, hier mal anzuklopfen und guten Tag zu sagen. Soviel zu, neutrales Gebiet. Feuer! Wo ist er denn? So, Blatt als Anführung. Ja, ich glaube, dass Sie die Wahrheit zeigen. Na klar, ich lasse Sie seit Ihrer Ankunft erfolgen, ich weiß, was Sie getan haben. Nein, gut, so wie Sie, dass Enrico immer noch involviert ist. Herzlich willkommen im Namen meiner Rebellen und der Menschen von Ruto. Wir brauchen sehr dringend die Rechtsefe. Wir werden dieses Land zerstören. Sie werden alle Reichtümer versiegt. Und da unsere Mühlung erschöpft sind, hat sie noch schlimmere Pläne geschnitten. Ich habe letzten Monat über 30 Männer verloren. Nur die, die Sie hier sehen, sind noch übrig. Es ist uns wert, es hat Ausrüstung. Wir brauchen Geld. Wir müssen neue Verbündete suchen. In Sanmona gibt es einen Mann namens Peter Claus. Er nennt sich Niki. Er ist in Drogen und Sexgeschäft. Er übert. Aber in harten Zeiten wird ein Feind des Feindes zum Freuden. So sagt man, du darfst. Er ist hier drin, ein Drogenmauer. Er wird Interesse haben, Ihnen zu helfen. Aber er wird mich besser lieb. Wir beide verstehen, seien Sie vorsichtig. Er ist gefährlich. Aber er hat Geld und damit können Sie Waffen kaufen. Und mich warten, können Sie die Scherke dieses Milchstücks erledigen. So, damit haben wir das Rebellenversteck gefunden. In uns ein Witz. Hm. Okay. Na klar. Wir schauen mal, ob wir hier noch was Wertvolles finden. Immerhin sollten die uns etwas unterstützen in dem, was wir haben und nicht haben. Schaut mal, wie gut die ausgerüstet sind. Wow. So viel zu, wir haben kein Geld. Überhaupt kein Geld. Und schlechte Waffen, naja gut. Ob Waffen gut oder schlecht sind, das liegt immer daran, wer den, wer diese Waffe hat. Klar. Unterwegs. Uhu. In Dranboss. Bin unterwegs. Ich bin nervös. Ach. Unterwegs. Danke. Dafür hast du eigentlich eine Endshot verdient. Hier gibt es eine Grum City. Ich glaube, wir sollten uns hier erst einmal ausruhen. Am Ziel angekommen. Bull hat jetzt mit Abstand ein Versorgungslager. Da wollen wir mal nichts sagen. Alter, 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 Alter. Ein feindlicher Trupp nähert sich einem deiner Standorte. Wie sind sie ausgebildet? Fünf Level 4, einmal Level 5. Das kann doch nichts werden, Leute. Standort wird angegriffen. Ein Schrottplatz. Wie kommt man darauf, einen Schrottplatz so gut zu sichern? Gott. Die haben doch echt hier alle einen halben Dachschaden. Großes Anwesen, ziemlich pompös. Wahrscheinlich wird er von Schwarzgeld errichtet. Ach. Das doch nicht. Gut. Also das heißt, nein, nicht gut, weil... Gut, ist ein bisschen was anderes. Wie sieht's denn aus? Ach, die sind ja schlecht. Vergiss es. 41. Das wird lange dauern, bis wir das übernommen haben. Und es wird damit verbunden sein, dass wir tausende Male von vorne anfangen müssen. Ich seh's jetzt schon vor mir, wie wir hier elendig dran knabbern. Erwarte Befehle. Okay. Ah, ein Feuer. Verstand! Ist aber schön, dass die schon mal ein Feuer für mich gemacht haben. Keine Erhöhung. Keine Erhöhung. Hätte mich sehr gewundert, wenn das eine Erhöhung ist. Hier auch nicht, da auch nicht. Ah, da kommen wir nach oben. Ist die Leiter dafür? Dort. Wenn wir hier oben sind, dann haben wir schon einiges im Überblick, würde ich meinen. Am besten schleichen wir uns dafür hier hinten ran. Unterwegs. Hinten ran, Boss. Bin unterwegs. Hier drüben ist etwas. Ja. Feind. Bereit. Okay. Gut. Feind. Feindkontakt. Feind. Wir scheinen sich Feinde herumzutreiben. Ach. Unwesentlich. Feind. Bereit. Allesamt hinlegen. Das. Zeitkontakt. Ich bin eure Hilfe. Ich bin eure Hilfe. Ich bin ich bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Allesamt hinlegen. Ich bin bereit. Ah, Freundenschuss sonst wohin. Ich glaube, wir finden sich nur Idioten. Vielleicht sollten wir einige Runden abfeuern, damit sie wissen, dass sie sterben werden. Aufstehen, Lieutenant. Okay, ich erwarte Spaß. Wir haben Spielgefährdung in diesem Sektor. So, Bull, aufstehen, dorthin, rennen erstmal. Du Waffenwechsel, du Waffenwechsel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, einer von beiden wird es schon schaffen, wird anzukommen. Und eben vor das Fressbrett zu bauen. Okay, und einer weiß natürlich ins Gras. Blatt. Aufstehen, hinrennen. Was? Torso. Bitteschön. Somit hätten wir den größten... ...Tel schon mal. Oh Gott, das ist so wie der Schuss. Ich bin getroffen. Kippeist bachlanken, 3, 5, 4, 5, 5 ... Aira Ikki Flight. Es läuft ein ZBurerbus, schrauben wir. Ja? Das wäre der Buster ges lane. Seitdem gibt es den Buster. Nein, das wäre der Buster mache, oder? mit meinen hinknien abschießen unsere drei Herren im Team mit Opfer Erwartete Fehler Pickman, liquidiert? Liquidiert Ah, was? Erwartete Fehler Er muss schön draufhalten Ja? Heifer? Schieß doch einfach zurück Ja? Hitman unterdessen steht auf und trennt hier hinter Geht sich wieder hin Ja, was? Erwischen Getroffen! Verstanden! Ja? Woher kam der Treffer? Verstanden! Von dort hinten Was? In Ordnung! Was? Ja, die Geräusche gehört Na komm! Heifer Pfff, der wird's doch nicht aufgeben jetzt mehr in Ordnung verdient sicher alles klar erwarte Befehle in Unterwitz da ist etwas Oh, Blatt. Okay. Bin dran. Hinknien. Das ist natürlich nicht gut. Nächster. Wartet mal andere Idee. Ah! Na herrlich. Nails? Vielleicht. Na? Ja, eine dorthin, eine dorthin, eine dorthin, eine dorthin, eine dorthin, ach das wird ja mit Sicherheit werden wünscht. Okay. Füllt den Sieg! Ich hab was gehört. Es hat zwar nichts Gutes. Halt den Sieg! Halt den Sieg! Hm? Geil, halt! Hm? Warte mal, da könnten wir erstmal unsere zwei hübschen hier hinten. Hä? Halt den Sieg! Weitere! Wirklich! Ich hätte sie nicht! Ah! Wo schießt denn der Typ raus? Ach, das ist ein Witz. Nein, Aira hat's da hingeweifelt Gut, dann hören wir an dieser Stelle auf Also mit dem Kampf meine ich Mit dem Kampf, nicht mit dem Spiel Oder mit dem Let's Play Part Ich bin zwar eingeschnappt, aber so eingeschnappt bin ich dann auch nicht Das wird schon irgendwie Wir müssen uns nur eine bessere Taktik überlegen Ich meine, wie viele Mann sind das? 50 gegen 6 Das heißt ja, Schwund gibt's immer Alles klar Du Dottir Nails, Bull Bull Du Dottir Boah, die röffelt's da hin Hier rennende XP-Punkte auf dem allerfeinsten Zack Na, wartet mal, dann machen wir hier einen auf SEK Da kenn ich ja gar nichts gerade Dann machen wir hier einen auf SEK Und dann springen wir hier der Wand Und rennen hier Mit etwas Glück wird es einige Männer zum Abschießen geben Verstanden Gut Bin dran Gut, in Ordnung Ja? Hab verstanden Ja? Okay Rhythmen, Stimme auf Du gehst dorthin, kniesst dich hin Du hast ne Phantasy Du gehst dorthin Ah Hm? Alter Mach mal einen auf medizinische Gehilfe Okay, was? In Ordnung Okay Gott In Ordnung Gott Du gehst dorthin Alle Hände Du gehst dorthin Ach, okay Das wird hier gerade gar nichts mehr, Leute Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge Bis dahin Tschüss Hände Gehst dorthin Ich Dorthin Und Ich Dorthin Vielen Dank.